Ihre Entscheidung ist gefallen. Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen. Jetzt wartet ein großer Berg Arbeit auf Sie. Eine Marktanalyse durchführen, den richtigen Kaufpreis finden, Grundbuchauszug und Lageplan besorgen, Baulasten prüfen, Energieausweis erstellen, Wohnfläche berechnen, hochwertige Fotos machen, Anzeigen schalten, erreichbar sein, telefonieren, E-Mails schreiben, Interessenten selektieren, Besichtigungen durchführen. Und bei all der Arbeit sollte Ihnen kein Fehler unterlaufen, denn bei falschen Angaben oder Berechnungen kann der Käufer Sie auf Schadenersatz verklagen oder sogar vom Kauf zurücktreten. Also am besten gleich einen Immobilienprofi von Dahorm Immobilien beauftragen. Der nimmt Ihnen die ganze Arbeit und den Stress ab. Ihr Dahorm Immobilienmakler bietet Ihnen zudem wertvolle Vorteile. Durch seine Marktkenntnisse ermittelt er sicher den besten Preis. Als Vermarktungsprofi findet er schnell die passenden Interessenten. Er filtert, selektiert potenzielle Käufer und koordiniert die Besichtigung. Als erfahrener Verhandlungsführer weiß er, wie man eine Preisverhandlung erfolgreich zum Ziel führt. Der Immobilienfachmann kennt die gesetzlichen Pflichten und sorgt dafür, dass der rechtliche Rahmen stimmt. Im Ergebnis wird der Verkauf sauber abgewickelt und der bestmögliche Preis am Markt erzielt. Ohne Stress, ohne Risiko und ohne Arbeit. Also worauf warten Sie noch? Vereinbaren Sie heute noch einen Termin mit Dahorm Immobilien. Vielen Dank.